Alter, ist das ein Geraschen hier? Ah, auf die Tab! Warte... Hände weg! Wo seid ihr? Bei dir! Ah, da! Okay! Hä? Okay! Ich kann wieder auf das Inventar zugreifen von jemand anderes. Geht anscheinend wieder. Warte, ich komm rein. Jo! Jetzt pass auf, Markus, ich muss ganz kurz Zeug finden. Nein, brauchst du nicht, Sammy! Nein! Du bist doch gestorben! Nein! Wir waren doch ganz anders! Hey, wir sind hier mitten! Ja eben, mitten im Gebüsch drin hier! Aber wir sind draußen im Modell! Eine kleine Stadt! Weil du da bist! Markus, was ist hier los? Das war doch ein anderes Server, wo wir drinnen waren zuvor. Hey, ich bin gerade unten in Graben. Und ich höre gerade überall was geraschen, als wenn einer vorbei läuft. Dann läuft einer vorbei. Was? Was? Ja, es kann einer uns beigelaufen. Wenn wir uns gedacht haben, was geht hier ab mit dem Gebüsch. Was ist denn eigentlich? Markus, was ist denn los? Du bist wahrscheinlich Sam, wo du draußen rumrennst. Nein, das war nicht, Sammy. Ich bin noch hier, ich bin noch hier, Markus. Ich bin nicht auf der Straße, es kann gerade alle auf die Straße raus. Auf der Straße ist jemand. Und wo hast du? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja. Auf der Straße ist niemand. Nur wir. Markus, was ist hier los? Kläm mich mal schnell auf. Das war der andere Server, wo wir waren. Das war der Holländer. Ja, aber er war gerade jetzt aktiv verstreitgegeben. Nicht? Hier doch nicht. Das war andere Server. Das war der mit 22. 2017, sag ich doch. Dann war 2018 eine andere. UK3. Wir sind hier im Sohn, wo wir keine Munition haben. Okay, Markus. Ja, ich hab äh Ratio-Könner, sofalls jemand Problem hat. Ja, ich brauche es nicht. Also, gut aufheben, nicht einfach so fressen. So, Markus. Ganz kurz, Marcel erklären. Das muss ich dann hier machen, sondern Markus und Julien. Wir können mir die Mund halten, dann müssen wir sie nicht besuchen. Okay, aber wir sollen nicht erst mal weggehen. Ja, ja. Sagst du mal ganz geschwind, Markus, äh Marcel, wo es lang geht? Ja, aber ich weiß nicht. Ich hab's jetzt wieder geh, das Inventar. Ach, nicht mehr rausschmeißen. Ich hab alles. Du hast alles. Ich geh hinterm Haus. Naja, ich hab nicht, aber ich weiß, wie es geht. Kommt das so aufgeräumt, wie es geht. Ich lass das mal mit der Störung wieder klacken. Ja, aber du musst uns doch sagen, wo du bist, Marcel. Also, wie die Lemmy-Rendierung. Ja, weißt du auch, wo ich bin? Ja, wo bist du? Danke. Ich bin auf der Brücke, wo der Brücke ist. Auf der Brücke, wo der Brücke steht. Dann ist die Brücke, wo der Brücke steht. Das ist die Reform, Markus. Da wo die Brücke ist. Hier ist ein Wasser. so waren sie die Formel die Böke war die Brunner Hilderung aus dem Tag und da ist keine Brüder im Bus welches ist der Dördung an der Brustigke das ist ein ganz anderes Ende ganz einfach wenn wir zu ich bin an dem amerikanischen Autohaus das sind die Richtung uns recht und links und also gehen an der Mann zurück in den Anbieterung an dem Auto und am Ende kann es nicht bleiben wir machen so er liegt er hat die Kapitalbundsbau okay er ist dass sie das ist dies hier das ist das ist hier der der nach das ist hier die Rennstrecke die sind was machen hatten hatten das ist die Rennstrecke ich bin auch bei der Ablagerung und sie sind nicht da wir haben recht drüber dann machen über den Fluss zu sein nein die Rennstrecke wir sind hier wir sind wir sind im Blitzschmoor da vorne kommt die auf unsere Seite ja ganz sicher Prozent Prozent in der Acht ja ich hab was die Wettbewerbs ein Jahr war es auch der Letzte die Letzte die Doppel in war auch vor und auch zu auf der Straße der ist der Kampel der Stadt und der Kampel der Stadt rein an der Stadt aber können wir das Leben wir wollen dass das Leben noch mehr okay da kommt es nur ausgerüstet ohne Ende alle durch die wir haben keine Waffen wir haben noch Waffen aber keine Munition ich bin klären sie muss sich kurz die Führung den wir in meinem Leben mit Annelie gebrauchen auch die Europäer die Sennigkeitsstatt wo bist du dir ab Julien das wir halten wir müssen wir müssen wachhalten Achtung er kommt mir wieder nach mir den Waffen er ist mit 22 Jahren habe ich auch hier mit Ja, hab ich. Da schnappt einer. Zum Halb! Holling! 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 Habe ich auch. Das macht sich gut mit In-Mails-Play. Äh, ich hab mir ganz gut gesagt. Du bleib halt auf jeden Fall. Zwei Leute sind hier. Scheiße, ich brauch ein Magazin für die 9mm. Hat jemand mal ein Magazin leeres? Äh, warte. Ja, ich hab ein leeres Mann im Internet-Magazin. Okay, dann hat die Opfer. Wir sind hier. Wer hat hier oben auf ein Bärchen gebaut? Weg jetzt wie dir, Frau. Warum kann ich die Farnhose nicht aufnehmen? Was kann sie aufnehmen? Die Farnhose. Die geile Hose. Weil du eine Hose anhast, du musst deine Anziehsachen, musst du Ruhepacken in die Hose. Nein, alles klar. Ich dachte gerade, warum hab ich grüne Hände? Ja, aber ich hab die Handschuhe. Okay, also ich brauch... Ich bin jetzt im Augenblick kein Blöffer. Also, falls sie meinen, wir sind Blöffer, hab ich einen Schuster drin. Also, ich hab Naxx und Baseballschläger. Mehr nicht. Ich hab ne Bandage? Ja, ne Waffe schon. Also keine Mini halt. Also alle gut ausgerüstet sein, ne? Was habt ihr jetzt erwarten alle? Was habt ihr jetzt alles am Start? Alles mögliche am Start hier, Sammy. Aber keine Patronen? Ich hab Patronen auch da, aber die passen nirgendwo rein bei uns. Was sind das welche? Ah, schon wieder. Danke. Was sind das welche? Das ist die HK, die 45er. Und das ist die 67er. Okay, hab ich nicht, nein. Ne, eben ist weniger. Ach, schon wieder. Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Okay, Markus, weiter. Wer hat noch was holen? Komm, sagen, reden. Ne, Mann, wir haben die alle verschossen, Sammy. So leere Magazin hab ich. Ja, ich auch. Ich hab zwar noch, äh... Okay, Marcel, du hältst dich doch, du hältst dich doch ein bisschen auf, aber bleib in Deckung, Markus, Marcel, ne? Ja, ich bin nur hier grad alle fest. Die sind nicht. Ja, wenn's geht, die sind auch tot und die knallen dich ab, die ohne zu fragen. Also, Marcel, auf geht's, Markus. Was für ne Waffe hast du am Start, Markus? Ich hab alles möglich am Start. Was sind, ne Kleinkalibrige? Kleinkalibrige? Ja, ne Kleinkalibrige? Also, ich hab... Was auf, Sammy? Was auf, Sammy? Ich hab... Was? Trink mich so. Markus, hast du... Hast du ne kleine für mich? Ich hab die Dings hier. Ich hab die M1911 hab ich. Pistole? Ja. Mehr damit. Was hast du nicht? Nee. Wir sind halt überall mit dem. Alle ich guck mal nur so was. Ich laden kann. Weil ich auch nehmen da. Nee. Ich kann nicht nicht mehr. Ich kann nicht, nicht ganz. Ich kann nicht mehr. Null Waffen, ne? Null Waffe, ne? Null Waffe, ja. Ja, bitte schön. Stuttgartung Achtung vor allem Achtung aber ich bin okay los geht alles bei der Lea und die so zu ihm auch nicht was ist die was hat Juli am Start an Waffen mit sich Prozent 9 Millimeter S&D okay aber noch eine du hast noch zwei Wochen haben ja da ist noch eine Axt und ein Baseball-Schläger und wenn nicht geht Tanja du der frisst du schon wieder ich nicht ich hallo um ins Lot gucken alle haben sie 9 Millimeter Magen sie mir so unbedingt nach außerdem so viele Leute dann haben sie die Waffe also nicht los wer steht alleine hinten rum wer ja aber es kann ja im Kupen das ist die einfach zufrieden und morgen wollen wir wollen okay Entschuldigung Tanja Prozent auch von Bad Prozent 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 sie ist immer ein Wälder und erledigt nicht nur ein Wälder Stilbis und Wartemann sein also wenn er in der Sitzung zu uns aufnehmen Ja, die haben versucht den Gras zu schließen. Ja, wie unfair ist es denn? Marcel, schön da bleiben, ne? Aber es sieht ruhig aus. Äh, Jun! Schein drügt. Halt ein bisschen durchmachen. Ja, wo hatte das jetzt zu fahren? Wir bringen die gleich mit. Marcel, warte einfach von uns. Der hat, ich weiß nicht warum, der hat aber gerade eine Flasche in die Hand genommen und die habe ich geworfen. Wer denn? Manche? Monster oder was? Nee, ich wollte eigentlich die, die die Axt ausdrücken. Und da war mal nimmst du eine Klasse, dann schmeiß ich dir weg. Ja, wie gesagt, wir können die nicht hier, Achtung, Max, so kommt, da drüben kommt ein großer Supermarket, ne? Ja, da können auch Leute sein. Ja, da können auch Leute sein. Wenn ihr einer mit der Passland beginnt, nicht schieben sie, nur ich, nur ich, nur ich, nur ich. Also immer gleich draufhalten, wenn der eine Tasche, muss ich gleich draufhalten. So, wo, schießen sie sofort. Ach so, sofort Axt, Basebeschläger, alles hausholen. So, nicht rennen, Jungs. Denkt daran, als Energie, ich mach's schon wieder vor. Ja, ey. Ich will nicht rein Tak milzirp, wirklich. Ich könnte immer vorzulernen. Ich weiß, was Babymmarika ist au cropher колpektive auf dem che organise. Ich hab nichts filters, nicht. Ich hab auch nichts inventorchieflv Airbus! Ich hab die Axt! Ne, ne lebe ihr ihr dass jemander Taschen um auf was ist. Das ist. jemand aber es wird ein Ort ja und das ist nur in dem Haus war es im Haus war es ja ich bin ich auch nicht in den ich habe keine Munition sein wie du hast und zu und zehn Stück drin und halt nur ja habe ich auch gehen aber es hat sich im Haus geschahst er war es mir die beiden die Deckung kann ja Prozent in den beiden sind geliebten Waffe ja nimm sie man ist die Kinder hat auch er hat auch nur noch was er inhalt als mit Ausschau um Julien du hast du hast die Axt mehr ich weiß die Axt raus und nimm die Waffe wir können sich auf dem Weg wir haben wird sie über die Erwärmung auch im Tor und schon aufpassen wir beide ich gehe los mit Semmy Semmy habt ihr gehört immer ruhig machen alle mal was er es kommt ein bisschen nicht du bist noch bei der Rennbahn wenn ich es nicht an den Bernden der Bernden der Bernden ich bin ich bin links und halt drauf her ja halte ich bleibt ihr beim Supermarkt kann ja und gehen tun und die jahre bis so ist das ist im Haus drin das ist schon der er hat er hat uns gesehen er hat die Leute wenn ihr könnt eigentlich für die andere mit mitkommen mit der Besserangstichter er hat was ich bin insofern wenn du bist du ich bin links und liegen und links ich sehe das Haus hier ich sehe rauskommen ja ja wir haben ihn getroffen er blutet da hinten läuft er, oder? schab ihn, 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 rinno, rinno ich hoff nicht schiebt rennt hinterher, rennt hinterher ein weiterer verblutet er verblutet ein weiterer ihr und hau zu und zu tun ich auch wenn wir hier gibt nicht so fremden diese altes in der schilderung und wie er hat sie nachdem wenn er die verbindet mag es bleibt aber ich bin in den Rheinland in der Nähe zurück Mann hat man die Welt bei den Markt der Markt in der Nähe wenn ich so weit das war das sei ich langsam sterben weil guter Mann am und am Main ab dem bieten die Rechte er hat sich gewischt hat auch so nicht er wird man so gut das ist nicht so gut aber ich bin auch so gut wie möglich auch mit 20 Prozent 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 und so weit zu gucken ja aber dann auch nicht so voll und klar als erster hat jetzt mal nur zurück wir sind ja die haben zu ihnen ist in der er er hat er hat wieder auf die Kugel oder so in den Markt hat er mal ich habe ihn auch noch mal ich habe keine Kugel nicht sehr retten von der Kugel das ist schon mit der aber trefft nicht von so weit mag es wird nicht so weit ich habe ihn gehofft das ist noch mal das ist nicht möglich Prozent aber der Ebersetzte für händen schweißen das scheißer sein Wischte es ist ein Blut deswegen Prozent Prozent der Wiener in in ein solches Verkaufel der Prozent mit Prozent das ist der Falle und Strumpf in der Hohestasche und was ist wenn er sie und zu Kollegen gelockt mit dem Klinik mit der Bühne der Noppe okay ein Koffer hatte gar nichts kommt zurück mit dem Lied das ist so gut es ist gut er bleibt in der dritte wenn du ein paar mit welchen ist aus dem Kahn nun die jährlich auch scheiße Niederländische Krone die Blutenschein und er hat mich gerade getroffen und wenn wir bei mir werden das ist ein Verhalten und ich habe auch alles da kommt ein Grund mit drauf ich weiß nicht bis in der Stadt auf uns geht sobald das wird zehn Meter Abstand hat er Na, ich hab ne Waffel! Ja, nimm sie mit, Marius. Marius. Du, wie sie Scheiß immer nimmst du. Boah, seid ihr alle noch hier? Ich seh euch noch nicht hier. Ich hab... Ich bin tot! Wer war das? Wer war das? Sammy? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber so böse getroffen und geschossen, du! Aufpassen, Jungs! Ich finde, das war ne Falle. Ja, das war ne Falle. Aufpassen, ich bin sofort... Ich bin drückt. Sofort totklossenwohnen auf der Straße. Was ist auf der Straße? Ja, auf der Straße war ich. Zwei Schüsse, gleich in den Kopf rein, weg war ich so. Was ist denn da? Ja, Entschuldigung. Ich bin... Also, ich bin... Ach, das ist ja noch ein nächster. Als nächster, mit schwarzem Helm, alles klar. Ja, das war sein Kollege Manns. Ja, der ist gleich weg. Ja, der hat mich gedrückt. Hat die auch gedrückt? Ja, ja, sofort. Bei Schülpen raus. Ja. Ich bin ganz... Ich bin ganz raus. Ja, ich weiß, ich hab exige gedrückt, weil ich Ende mit... Ja, der hat die Ende, die ich weiß, wie man darauf geht, wenn man steht. Okay, ähm, Marcel, wir gehen auch mal raus, ne? Weil... Oh, das weiß ich. Nee, deswegen gehen wir auch raus, wir beide, Entschuldigung. Ey, Marcel, sag ich, Marcel. Okay. Okay, Freunde. Das war wohl ein Satz mit X. Warum? Dann hab ich meine Sachen nicht mehr. Alles X. Okay. Und was wir haben ja gelassen. Nie jemanden hinterher rennen. Ja, Mann, der hat immer den Halligen-Operbus. Das ist echt gewirkt, oder? Scheiße. Die Leute, die dann gesagt haben, führen zu uns. Volle Scheiße. Alter Schwede, ne? Volle... Das war jetzt... Das war jetzt... Das war jetzt... Ja, Escape, genau. Escape und dann Exit drücken. Gottes Zorn war das. Gottes Zorn. Ja, Mann. Eindeutig. Das ist, wenn man... Jetzt sind wir mit der 4 und alles. Ja, das kriegst du gleich neu. Nein. Das krieg ich wieder neu. Markus, UK3. Abgerutscht. Okay. Gehen UK3. Das ist der Server, wo wir waren. Äh, da hab ich jetzt halt leider diesmal keine Pillen. Aber wird schon. Dann nimm doch die Pillen mit. Jetzt hab ich auch nichts mehr. UK4. Jetzt warte doch mal ab, Marcel. Alter Schwede. Ich hab UK4, aber UK3 nicht. Bist du damit auch kein UK3? Oh, der ist schön voll. Nimm mal UK3. Komm. Warte mal. Ist alles so. Ich guck mal kurz. Also, hier sind nur 3 Leute. Das war jetzt echt übel gewesen, ne? Oder? Das war jetzt echt übel. Das war... Das war richtig peinlich. Ich hoffe, du hast nicht so aufgenommen. Nein. Der hat alles aufgenommen. Er hat kurz die Aufnahme gestoppt in der Zeit. Ich... Ich nehm nie was auf, Marcel. Warum konntest du eigentlich nicht schießen, Marius zu ihm? Ich hab ihn gar nicht gesehen, Alter. Der war ein schwarzer. Schwarzer Helm. So wie wir den Helm, aber in schwarzer, der aufgabt. Bist du was ist? Und ganz kurz... Und ganz kurz... Also, UK3 2018, oder? Nein, nein. Ja, erstmal oben einmal, zweimal drücken. Hab ich schon gemacht. Und dann suchst du offiziell miscreated. ID3 UK3 2018. Okay, dann hab ich... Weg. UK3 2018. Ja. Joint. Tanja, los. Und dann Joint Server. Ja. Oh. Alter Schwede. Das war peinlich. Das war jetzt richtig peinlich. Siehste... Siehste, wenn ich bei euch gewesen hätte ich halt gemacht. Also, Marcel. Unbedingt anständig spielen. Das so sollte man nicht spielen. Nein, natürlich. Das war an der GTA-Manie. Ja. Das geht natürlich jetzt nicht. Doch, ja, das geht. Siehste, die fallen auch nicht erst in den Folgen. Die schießen sehr tot. Ja. Besonders wenn 5 Leute hinter einen Arm sind in den Meer rennen. Ja. 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 Das war der Falle. Wahrscheinlich mal lieb. 10 Leute werden nur 3. Also, ich glaube nicht, dass die zusammengehört haben. Ich glaube eher, dass wir von dem weggerannt haben. Ich habe gedacht, jetzt gehe ich nicht da zurück und lock die dorthin. Wo er vorhin Stress hatte. Oh, der war ausgerüstet, Alter, du. Mein lieber Mann, du. Ja, der hat diese Maschinengewehr oder sowas, hatte der. Ja. 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 Ja, Sammy. Kannst du dich hier an den Eingesser erinnern? Alter, was ist denn hier so laut, du? Ihnen gewesen? Was lacht ihr denn? Oh, Mann. Danke. Was lacht ihr denn? Ich habe nichts mehr toll, danke. Ich habe nichts mehr toll, danke.